hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei wind of luck arena ja mit dabei ist der nero ahoi kollegen servus captain nero am start ja wir machen jetzt mal wieder ein battle hier und hoffen wir mal dass wir heute mal zusammen im team kommen das wäre mal ganz nett genau der dynamo ist leider heute nicht dabei aber wir hoffen dass er auf jeden fall in den nächsten folgen wieder dabei sein wird genau weil es hat doch echt spaß gemacht mit ihm ja klar ich kämpfe gerne gegen euch beide ja ich nehme es auch mit euch allen zu dritt auf ihr könnt ihr wenn ich meinen rum getrunken habe sicher doppelt aber wir haben jetzt beide stufe 4 und ich hoffe wir kommen zusammen revano sehen schon wieder gegenüber irgendwie wollen sie nicht gut machen wir ein schönes match draus und ich brauche auf jeden fall ein bisschen silber oder wie das heißt ich will nämlich ja ich brauche nämlich unbedingt jetzt entweder brandschutz muss ich euch dann mal zeigen liebe leute was ich da holen kann boah mein schiff sieht so geil aus ich könnte mir gerade so diese kanonen da die zehn stück die habe ich alle vorher feinst poliert glaubt mir das das rohrgereinigt aber sowas von und gleich 20 und gleich 20 mal gas hier jetzt raste aus hier kommt es gibt doch mal gas schütteln ja mein mein kurs captain ist auch ein ganz geiles stück so ein kleiner wilder ist es an die segel habe ich jetzt raus gehauen oh ja ich merke schon förmlich wie mein boot auf einmal hinten das speedboot hier ausgepackt hat guckt euch das an der zappelt ja richtig du ich habe ja richtig heiß mit 800 knoten durch die durch den pazifik alle hätten kompas jawohl lasst mich durch der captain kommt der captain ero kommt durch so ich möchte jetzt mal gleich rumballern hier schauen wir mal da hinten ist einer iwala kuli den werde ich jetzt erstmal mit zehn kanonen werde ich den jetzt erstmal durch die fallerei ballern hier oder schießt schon daneben sehr schön boah ich kann mich gar nicht drehen so langsam bin ich das ist krass ja mein schiff ist wirklich heavy 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 cool so jetzt 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 und feuer zehn kanonentreffer und da ist wieder was weg im netzel du ja so ist brav meine lieben freunde so ist brav erstmal an die kanonen laden der drecksack mein kumpel ist genau in meinen kanonen visier aber ich schieße nicht keine sorge aber er ist natürlich übelst in meinem bild ist ruhig ist kein problem naja der freut sich auf den schaden ist das schiff jetzt kaputt da hat dieser komische iwana ne der lebt noch müssen wir das jose mann ne jose mann lebt noch jetzt muss ich mich alleine hier können so dass ich den gerade mal aus dem leben ballern aber ich werde beschossen warum machen die das habe ich denen gar nicht erlaubt zu schießen jetzt feuer und da wo der rammt mich aber ich bin vorbeigeschlichen wie eine katze aber ich kann nicht weg so war scheiße ich hängen gegen felsbrocken leute leute was ist denn los hier was ist denn nur kaputt bei euch ich werde hier kann dieses muss die zwischen ob die schütteln und jetzt war vorlauf das kanonenboot drauf mein gott jungs kommt alle aber schneller hier ist also richtig was los hat gerade schon wieder probleme das boot gefällt mir sehr ja aber man merkt schon umso größer um so länger dauert hat der drehen lenken und alle erhe das ist sehr sehr schwer dass das war das war früher war das alles ein bisschen flüssiger würde ich sagen ja gut du bist halt geschmeidiger gewesen ja was gibt es sonst noch neues zu erzählen liebe freunde und zwar versuche ich gerade ich nehme gerade mit 60 fps auf aber ganz neues ja und dann möchte ich euch dadurch die schiffe in der feinsten qualität anbieten hier mal gucken ob es klappt bämm erstmal abgefackelt in die warner kriegst du erstmal ordentlich ihren fass über die rübe gezappelt jetzt den neuro habe ich überhaupt noch nicht entdeckt hier erst mal ordentlich einen reingedrückt hier und du kriegst auch noch mal einen ja komm bomb versenkt junge so mag ich das leichte startschwierigkeiten bomb ach schade jetzt habe ich leider 200 kanonen in die wand geballert habe ich vielleicht ein paar zivilisten die gerade urlaub machen abgeballert aber das macht nichts weil ich wollte einfach bowling spielen du weißt ja wie das ist ja klar sowieso oh 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 was mit ihm was mit ihm was ist mit ihm was ist mit ihm was ist mit ihm bomb oder neben doch 478 habe ich den schaden verursacht das ist sehr nett dass auch ich habe gehört worden schwirr in der ach habe ich gar nicht so ein bisschen hier ist alles zu eng m oder es in euro nero es tut mir sehr leid aber wir werden immer freunde bleiben da kommen sie und das waren die nero und jetzt werfe ich den euro noch ein fass vor die rübe oder das leider 200 kilometer daneben ja mein schiff ist gerade außer gefecht gesetzt ich kann mir nichts mehr machen sehr nett sehr nett von dir was du da machst ey lass mich in ruhe jetzt ach mein kumpel der ist so doof mein fass hat aber auch getroffen naja macht nix und nero da kommen sie 10 kanonenkugeln und bei mir auch nochmal 10 rein danke jetzt habe ich glaube ich noch meinen kumpel auch noch abgeballert da hinten und nochmal und jetzt die nächsten 10 die nächsten 10 absoluten hurricane kugeln die dann natürlich daneben gehen doch ein paar haben getroffen ich habe schadenszahlen gesehen jo mein mein ding ist voll überfordert mein kuhmitglied hier oder mein schreiner ich sehe der hat im bild blut verschmiert ist der oma ich habe den wind bei mir auch den habe ich wohl gerade aus versehen ein bisschen erwischt den armen jung macht aber gar nix bom jetzt habt jetzt hat er sich vor dich gestellt ich hätte ihn ja fast getötet aber naja gut 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 ja ja leute macht nur alles was ihr habt das macht meinem panzer nix komm jetzt fahr da mal weiter da mein gott ey komm 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 ich muss dem schiff eine geben hier 10 kanonen aktivieren und fahrer bom versenkt so jetzt boah ey mein schiff was ist denn da los mit dir ey das hat gar keine lust mehr zu fahren ach ich habe meine segel zerschossen ihr kleinen dreckigen hunde hier meine segel sind beballert das finde ich nicht so schön auf geht's auf geht's naja jetzt kommt der nero wieder an ja jetzt kriegt er erstmal ein fass ja das hat getroffen und der nero machte irgendwelche komischen sperenzkis naja das war gut das war leicht daneben ja ich kann nicht mehr fahren selbst mit übelsten segeln geht das nicht dass ich mich hier bin ach du bist der einzige der noch lebt naja gut das wird dann für dich nicht mehr so einfach und treffer boah das war jetzt aber gut abgepasst mit meinem wurf also das war und jetzt kriegt der nero erstmal von meiner seite noch 10 und jetzt mein gott du hältst aber aus du bist ja richtiger wilder du aber ich glaube die runde weiß ich nicht wir haben noch ein paar und jetzt 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 und die nächsten 10 die nächsten 10 bevor mein schweiz jetzt hab ich keine grume ja mein kumpel der nazir passaze keine ahnung was das für ein typ ist fährt genau in meinen schuss rein der möchte leider sterben bomb was hältst du aus wie viel muss ich denn noch was muss ich denn noch drauf schießen und mein fass guck mal obelix hat geworfen oh ganz knapp dahinter das fass ist gerade 3 stunden geflogen das war richtig hellig und die nächsten 10 ja versenkt ich hab den aber ich wollte den die last nehmen besser ich als die anderen oder kommt alter ich hab 2 mal gebrannt ich hab keine leute mehr gehabt boah ich hab 3 3 schiffe boah das schiffe ich liebe das ich bin verliebt in das schiff also jetzt werde ich mir nachher noch auf jeden fall brandschutz holen weil ich brenne doch ziemlich schnell das ist doch wichtig mhm das hat mir auch ein bissl genervt jetzt gerade so ein bisschen vielleicht nicht ähm 25 aber 5 bissl oh ich hab 2 leute verloren mein schreiner mein arzt ich hab 14.000 bekommen und 1500 rum erfahrung 1300 alter und ich hab was bekommen ne griffkanone hab ich geschenkt gratulation sie haben eine neue ebene gewonnen haben belohnung für die stufe 14 griffkanone sehr schön und nochmal zusätzliche rum 100 okay wie kann ich denn jetzt diese griffkanone einsetzen wenn ich die doch bekomme die müsste dann eventuell in deine leiste ach da steht sie ja mittelgroße hapune die anderen sind auch mittelgroße hä warum hab ich denn ich verstehe das gar nicht ich hab doch eine drin eigentlich ne lanze kanone und äh schiffe 4 bis 6 kann die festhalten aber die hat grad gar nicht geballert verstehe ich nicht hm ich hab die doch äh drin ne verstehe ich jetzt nicht weil die wird auch gar nicht angezeigt hier bei spitze ach da unten hapune ah ok jetzt alles klar weil ich weiß nicht warum die nicht mit aufgeladen wird aber hm hat wohl alles so seine rechtigkeit äh jetzt muss ich mal gucken wo kann ich nochmal diese punkte verteilen bei ausrüstung ne oder war das Arsenal Schiffstufen ich konnte doch welche punkte Disziplin und sowas weißt du was ich da bekommen wenn ich Leute abballern konnte man noch das Schiff nochmal aufrüsten so zum Beispiel die Kanonen verbessern oder sowas ähm links da wo dein Schiff die Daten stehen unten erfahrung ach da jo die sind auch grün genau das war's 1300 hab ich und äh mein Schiff fand da noch gar nichts Meisterarzt 13.9 ja Karonaden aufrüsten ich weiß nicht was das ist die Fähigkeit ist die sich anzubauen und zu verwenden Karonaden was ist das sind das bessere Kanonen oder was Karonaden davon geh ich mal aus keine Ahnung was sind denn Karonaden hört sich an mich weiß ich auch nicht oder ich brauche jetzt noch 200 freie erfahrungspunkte dann gibts Karonaden bei mir oh ja ich hab sie und zwar Brick Karonaden die hat jeder von uns 20 Stück und die sind 14 Pfund Karonaden also wir haben vorher schießen wir die ganze Zeit mit 6 Pfund boah ich hau die rein ich hab sie drin du weißt das ich brauche noch 200 freie erfahrungspunkte dann kann ich Sackle reinbauen oh Leute ich würde sagen wir machen jetzt gar nicht lange weiter rum ja sobald ich muss das kurz überlegen optionale munition für einsatz nachladen 50% brandschutz 5 oder ich nehme 10% kanonenschäden was ist jetzt geiler ich glaube eher der Schutz bei kanonenschaden mache ich so oder so genug oder das ist individuell das ist deine Sache ich hau mal jetzt rein hier komm bisschen Brandschutz und bisschen auf Leben gehen lebelebelebe so bin ich jetzt soweit durch 4000 ich könnte sogar noch ein Crewmitglied einstellen hier noch so ein Arzt erhöht die Schutz um die Crew das haben wir denn noch Meisterarzt Crew Brutzmann die Wendigkeit wird besser ach da können wir noch so viele Sachen kaufen ich kaufe ich spare jetzt auf einen der kostet mich dann so 13 also ich habe jetzt Geschwindigkeit manöver habe ich jetzt weggemacht das habe ich ja vorher drin gehabt und habe jetzt auf Brandschutz das ist nämlich sowas von Kacke ich muss irgendwas reparieren steht da aber was ähm schau mal äh dass du auch dein äh Schreiner wieder aufgefüllt hast weil meine war nämlich tot genauso wie mein Arzt ah wie kann man die denn auffüllen naja rechts an der Seite ok muss ich sofort mal gucken gleich ich habe jetzt erstmal alles hochgepackt boah krass mussten wir die neuen Kanonen ja rein dann jetzt habe ich Munition äh rechts Schreiner ne der Bild ist weg tatsächlich wie kann äh wie Captain Rebano jetzt darfst du mich Admiral nennen ah verwenden da ist er muss ich den jedes mal wieder reinpacken dann den Schreiner wenn du sterben ja krass ok Admiral oh man jetzt gehts ab hier ja ich habe mir einen Admiral Account geholt für 23 Stunden BÄM naja gut ich würde sagen 321 Schlacht oder 321 Schlacht yes habe ich gedrückt alles klar hoffentlich kommen wir jetzt mal zusammen ich würde gerne mit dir alles zerstören weil ich bin jetzt so so modifiziert also wir können gerne oft gegeneinander fighten aber jetzt irgendwann reicht es auch mal und und ja vor allem die kommen ja ständig gegeneinander ne aber ich hab jetzt aber langsam komme ich auch in das Spielverlauf richtig gut rein muss ich sagen und ich komme auch mit der Steuerung klar jetzt werde ich mir nachher noch ein bisschen was tun damit ich noch ein bisschen wendungsfähiger bin das ist gerade bei diesem fetten Schiff ziemlich ähm glaube ich ein Pluspunkt weil bewaffnet wenn ich eine Front nehme also eigentlich stirbt alles was unter mir ist also die fallen um deswegen nur ich komme nicht weg das heißt ich muss auf jeden Fall ein bisschen auf Wendigkeit gehen ja das Problem ist halt gerade in der letzten Map war das so das war ja alles so eng ja ich bin zwei mal fast gegen die scheiß Mauer gefahren äh Mauer saß gegen den Felsen aber das war gut ich hab 15.000 Piaster bekommen das war ordentlich das war auf jeden Fall ähm gute Kills ja ich hab die größeren Schiffe versenkt und die haben halt gedacht so die können mich verarschen da hab ich erstmal hier so ein schönes Fass hinterher geworfen ja hab ich gedacht da hab ich rum drauf geschrieben die so yeah ich fang's auf und dann war da drinnen ein Zünder und dann hab ich so Knick gemacht und dann ist halt in die Luft geflogen und dann haben sie blöd geguckt ja und dann hat einer der Meister hat noch gesagt oh shit das rum war wohl schlecht da war ein bisschen abgestanden ne Rewano und du bist wieder gegenüber maaaann was ist das denn für eine scheiße Leute könnt ihr das mal bitte in die Kommentare schreiben warum wir immer gegeneinander kämpfen müssen kennt ihr dann irgendwas was man umschreiben kann das wär echt cool ja auf jeden Fall weil das nervt echt dann so ein bisschen ja weil ich will den Nero nicht dauernd töten müssen weißt du boaaaa du 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 der war gut oder ne der war ein bisschen trocken wenn der Kurs ist will dann mal n witz ne war Spaß aber ne ich mein allgemein ist viel geiler wenn ich sag jetzt alles klar ich hau euch weg oh ich seh grad das Spiel bei mir hier oben in der Ecke steht ja die FPS Anzeige bei 83 ist cool ist 23. Das läuft also sehr schmeidig. Die Leute sind so doof, die fahren alle gegen den Wind. Also ich bin das gerade ganz alleine auf mich gestellt. Das werde ich wahrscheinlich nicht überleben, wenn ich auf euch treffe. Aber ich bin halt der Einzige, der das gecheckt hat, dass man nach der Windrichtung fahren sollte. Aber ist kein Problem. Gehe ich halt alleine in den Krieg. Was soll's? Ich habe ein dickes Schlachtschiff, ich habe ein Crewmitglied, ein Schreiner dabei. Der kümmert sich um alles. Und ich habe eine Hausmuti dabei. Eine Hausmuti macht alles. Admiral. Bewirft euch mit Pfannen an, dann habt ihr überhaupt keine Chance. Ach, da siehst du mir aus. Ja, dann lass ich jetzt erstmal noch in Ruhe. Dann würde ich sagen... Rechts kommen eh noch drei Schiffe. Ah ja, ich kümmere mich um die anderen hier. Ich kann nicht schießen? Was ist das denn? Ach so, oh Gott. Ich gehe alles gut, alles gut. Das war gerade alles ein bisschen verwunderlich. Ach ne, was ist das denn? Jetzt habe ich da drüber geschossen. Okay, wenn das echt so weitergeht, dann baue ich gleich wieder meine Kanonen um. Das war ja, das ist ja richtig krank, ey. Ich habe alles abgedrückt. Mein Schiff ist zwar schneller, aber die Kanonen treffen ja gar nicht mehr. Das ist ja ätzend. Guck mal, wie kurz die nur fliegen. Das ist ein Satz 14 Pfund, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich 14 Pfund daneben ballere. Ja, das ist richtig. Oh, oh, das wird ein schnelles Spiel für mich werden, weil ich überhaupt gar keinen Widerstand leisten kann. Weil ich erstmal keine Reichweite habe und, oh Gott, die baue ich gleich wieder zurück. Also, Leute, da habt ihr mir aber Scheiße angedreht jetzt hier. Ach, jetzt habe ich mein Fasster daneben geworfen. Ich versage hier. Alter, was ist hier los? Was wollen die mit mir? Gewinnt doch mal Land, ey. Oh, jetzt schießen meine eigenen Leute auf mich. Sehr geil. Finde ich sehr cool von euch. Oh, oh, weg, weg, weg. Oh, Mann, ey. Ach, Gott, ich komme ja auch zu nix hier. Also, das ist echt scheiße jetzt. Ich treffe wahrscheinlich noch nicht mal ein Schiff, weil ich einfach mit den Kanonen nicht zurechtkomme. Mein Boot ist auch viel zu schnell. So, jetzt, komm, einmal will ich treffen. Ma, ich habe wieder drüber. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe sogar runtergezielt. Das ist ja lächerlich, sowas, ohne Witz. Ist echt... Ist echt... Nee, mit den Karunaden-Dingern auf jeden Fall nicht. Also, da brauche ich nicht mit. Ich mache zwar ohne Ende Schaden, wenn ich da mal treffe, aber bis ich getroffen habe, sind die anderen schon alle, haben die den Krieg gewonnen, so. Oh, Mann, ey. Nee, 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 da spiele ich lieber mit den 6 Pfund und baller 300 Mal, aber da treffe ich wenigstens und habe mehr Spaß. Schon wieder drüber. Ach, das ist doch scheiße, ja. Jetzt werde ich noch gerammt. Ah, mein eigener Kumpel rammt mich, du Idiot. Geh weg. Ich bin ein fettes Schiff, also lass mich in Ruhe. Oh, Mann, oh, Mann. Und mein Kumpel ballert auch in mich rein. Ja, ich mag euch. Ach, daneben, ey. Das ist... Ach, ich bin versenkt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hau schnell weg, ja. Ich könnte kotzen, ohne Witz. Die Kanonen dazu sehr reinzuscheißen. Mit denen gehe ich nicht in den Krieg mehr. Okay. Dann brauche ich sofort wieder um. Also, kann ich nur sagen, scheiße. Ja, tut mir leid, liebe Freunde, da habt ihr jetzt heute nicht viel von mir gesehen beim zweiten Fight. Das war... Also, ihr habt gesehen, die immer drüber... Egal welche Richtung, richtig schlecht. Also, die Kanonen... Nee. Also, die Schiffe ein bisschen zu klein gewesen, ne? Ja, hätte ich die fette... Die anderen Kanonen gehabt, hätte ich alle Schiffe versenkt. Also, da wäre ich auf jeden Fall ein Killer gewesen. Aber jetzt gerade war ich... Ja, die haben gesagt... Ich sehe nichts, was denn jetzt... So nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tue. Na ja, ich beobachte gerade... Weißt du überhaupt, was du tust? Ja, ab und zu. Also, da steht auf dem Knopf drücken. Das mache ich. Und dann kommen die Kanonen. Und wenn der Wind blöd steht, dann bin ich ganz langsam. Nun. Nee, keine Ahnung, ey. Ich weiß nur, dass ich gleich auf jeden Fall noch ein paar machen will, ey, noch. Und ich freue mich schon wieder, wenn ich dann umbauen kann. Und ich werde diese Kanonen aus meinem Leben streichen. Ich werde sie vernichten. Haut sie jetzt weg, die Scheiße. Also, ich bin mal gespannt. Mann, ich habe ein Boot getroffen. Für nix, doch. Mit 200 Schaden, das ist ja lächerlich. Aber wenigstens konnte ich dich mal killen. Das war doch schon mal was. Ja, ich habe die haben alle auf mich geballert. Ich habe ja alles einstecken müssen. Weil ich absolut... Erstmal haben die Kanonen drei Jahre gebraucht, bis sie fertig waren. Und dann haben sie auch drei Jahre daneben geschossen. Ja gut, das ist halt der Nachteil. Je größer sie werden, ne, desto länger Frau und so. Was das nachgeladen wird. Ja, aber die anderen Kanonen waren schneller nachgeladen bei mir. Die waren echt fix, ey. Ich konnte die ganze Zeit ballern. Und ich habe immer getroffen. Egal, wo die standen, dumm, voll drauf. Und das war's. So, jetzt haben wir noch zwei Boote noch. Haut die mal schnell weg hier. Die Drecksschweine hier, die können nix. Naja, gut. Vielleicht machen sie ja noch ein paar kaputt. Schauen wir mal. Also zumindest leben sie noch. Also das können sie ja, ne? Tapfer sind sie, ja. Aber der hat eine Kanone vorne, oder? Ne, an der Seite zwei Stück. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wendiges Schiff. Ah, ne, vier Kanonen. Bisschen mehr. Ah, ja gut. Den dicken hat er eingedrückt. Den dicken hat er eingedrückt. Da ist der Nero. Der wird auch gerade ordentlich beschossen hier. Schauen wir uns nochmal meinen Kumpel an, der gerade gegen den Nero kommt. Na, die kleinen wendigen Schiffe, die sind schon diese Nummer. Da ist der Nero, ja. Aber mein Rumpf sieht gut aus, meine Leute sieht gut aus. Der kriegt gerade Stoff von allen, ja. Es sind halt zu viele. Und er ballert. Na doch, er hat getroffen. Gegen diesem dicken Panzerfahrzeug da. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kriegst du nochmal eine. Ah, er hat dann natürlich daneben geschossen. Du auch? Ne, du hast ein bisschen getroffen. Ne, ich, äh, hab nachgeladen. Ah. Ah, der sind gerade, ist klar. Hm, ja, einer ist nur noch da. Der Ivan! Der, der tapfere Ivan, ja wohl. Ja, tapfere Ivan ist der letzte Überlebende auf seinem Boot. Ist wahrscheinlich ganz alleine drauf, bedient die Kanonen, steuert die Segeln. Der macht alles. So wie bei, ähm... Boom, hat er mal, ey, krass, der hat noch einen versenkt, der Ivan, ganz alleine. Wie bei Waterworld, ne? Naja. Der pisst gleich ins Wasser, dann trinkt er das und dann sagt er das wie Energy Drink. Boom, ja, das war scheiß Ivan. Da ist er jetzt so, oh doch, der hat getroffen. Sah gar nicht so aus. Also manchmal wird das immer irgendwie anders dargestellt, glaube ich. Aber egal. Der Ivan rammt jetzt da erstmal den Eisberg hier, ne? Er bleibt stehen, sehr schön. Ja, das ist schön wendig, da merkt man schon, ne? Und jetzt, das war's. Danke. Ja, schön. Toll gemacht, habt ihr's. Wie ist's? Ich hab übelst versagt mit den Kanonen. Also das war auf jeden Fall die Anti-Rivano-Kanonen, war das. Also ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ich prob's auf jeden Fall mal aus. Ja, kannst du gerne machen. Vielleicht kommst du damit besser zurück mit dem runterdrehen, wenn die nahe sind oder weiter. Aber die waren echt ein paar Meter und ich schieße und die sind trotzdem drüber geflogen. Das war so ärgerlich. Und bei dem anderen ist halt einfach, die treffen halt immer, weil die genau in der Mitte ausgerichtet sind. Und die sind halt höher ausgerichtet. Und dann hab ich sie runtergedreht und dann waren sie doch zu kurz. Na gut, ich hab 1500 Piaster bekommen. Ah, 7300. Ja, das ja auch. Also ich verwende jetzt erstmal wieder meine 6 Pfund auf jeden Fall, bevor ich... Leichtes Katapult, Ölfass, leichte Harpuna, ich bekomm, Petraro, 18 Pfund Kanone, ich bekomm. Ah, Schiffswerft. Ne, wo war... Achso, reparieren muss ich. So, erstmal hier wieder rein hier mit dir. Ah, sehr gut. So, mitnehmen. Das war's schon wieder leider für diesen Part. Jo, dann mach ich dann Feierabend. Leider, ja. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier. Und ja, nächsten Mittwoch geht's dann direkt weiter hier mit den Kriegsschlachtschiffen. Und ich hab jetzt meine Kanone wieder umgebastelt. Und dann schauen wir mal, dass das natürlich jetzt alles wieder ein bisschen besser wird. Ich freu mich, dass ihr wieder mit einschaltet. Schaut auf jeden Fall mal bei Nero Spielstube vorbei. Bei mir, RevanoLP. Wir haben noch viele andere Projekte, auch viele Projekte zusammen. Und da kommen jetzt bald noch welche. Aber das wollen wir noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen. Und bis dann würde ich sagen, ciao. Ciao, ciao, Babys. Ja, always. Das war's.